hallo freunde der virtuellen landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der multi-map ja wie ihr seht wir sind hier auf dem feld dass wir bei der letzten folge mit zwei dreschern am enden waren ich hab mal wieder für euch überstunden gemacht das feld fertig dann habe ich gemulcht gepflügt und jetzt müssen natürlich auch die steine runter der kamerad hat noch so einiges zu tun wir haben jetzt ja zwei drescher und wir werden mal nach dem intro schauen an welche felder wir angehen bis gleich so da sind wir auch schon wieder und ich habe mir gedacht ich lasse einen drescher hier die 32 ab mähen und den anderen machen wir die 15 und die 23 fangen wir an mit der 32 und der 15 das bedeutet für die hier so wir machen mal ein kurs für die 32 habe ich noch kein dreschen doch kein dreschen dann werden wir das jetzt machen shop erstellen und zwar fangen wir hier an so 14 meter arbeitsbreite ein fahrzeug auf dem feld ein vorgewänder hätte ich gerne wir starten auf dem vorgewänder und wir machen es natürlich scharf dann generiere den kurs mal erledigt die speichern wir auch gleich feld 32 kurs speichern feld 32 jetzt sind mehr da kannst du auch losfahren fahr mal zu den 32 wenn du da bist fängt ich gleich an und tschüss er traut sich nicht wo ist es los ist es zu eng da vorne er denkt er kommt doch nicht durch so der macht seine arbeit dann brauche ich natürlich auch abfahrer ich glaube dem gebe ich dem lkw dem ist man auch wieder zweck entfremden wir brauchen hilfe bei den feldern also wirst du ein abfahrer dieses mal so und zwar äh feld 32 und getreidesilowareeingang jawoll und abfahrt gut heute macht's alleine mein freund nett von dir so wir haben gleich den nächsten lkw was aber gesagt wo ich mir denn hin feld 15 zack äh 15 kursladen dreschen so, dann ab nach Feld 15 wenn du da bist, legst du los und abfahrt so, der gebe ich natürlich auch gleich einen Abfahrer das ist der hier so, Feld 15 Getreidesilowareingang passt und abfahrt so, damit haben wir unsere Arbeit eingeteilt gucken wir mal, was unsere Wiese macht ne, die ist ja nicht so weit die braucht noch und ansonsten haben wir ja nichts dann gucken wir mal nach unseren Produktionen oh, da ist wieder einiges rot die haben schon das ganze Mehl wieder verbraucht ja, sagt mal das ist hier abartig was hier Mehl verbraucht was habe ich denn in der Mühle die macht auch nichts mehr ja, ja gut so, Edbeeren oh, die sind voll alles voll alles voll oh, witzig, spitzig Edbeer sind genügend da sehr schwierig sehr schwierig na, ich glaube ich werde die kleinen Gewächshäuser hier das sind ja die auf dem Hof die werde ich mal zu Fizzi spritzi fahren so oh, da sind wir schon im richtigen Fahrzeug also mein Freund wir fahren zum Hof Edbeerbeladung zwei das bringen wir dann zu Fizzi Spritz waren Eingang und das sind Edbeeren da kann ich gleich zwei machen weil ich muss dann ja noch zu der Edbeerbeladung fahren und Abfahrt und ich denke es wird mal wieder Zeit für ein Anschnall Video haha ja, das habe ich schon dabei nicht mehr gemacht deswegen Freunde es geht los in den Anschnallmodus und zwar in drei zwei eins zwei drei eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei Untertitelung. BR 2018 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 Ja, Freunde, ich habe hier mal diesen Anstellungsmodus abrupt enden lassen. Denn wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch erkennen konntet, aber, äh, die Wolle ist wieder full, full house in the wall. Deswegen lassen wir den alleine abladen und hüpfen. Äh, warte mal. Ach ja, er kommt. Alles klar. Zu dem Kamerad hier. Und der muss jetzt ja wieder Wolle holen. Das heißt, wir fahren zu den Tieren. Und da suchen wir die Schafe. Und da suchen wir die Schafe. Und da haben wir die Wollebeladung. Das bringen wir in Logistikzentrum Paletten. Und das sind Paletten. Jawohl. So ist gut. So ist richtig. Und abfahren. Äh, ich habe mir überlegt, wenn der mit Speichern fertig ist, kann ich euch das zeigen. So, diese, diese Felder hier. Die kleinen, das sind ja die auf dem Hof. Die werde ich jetzt nicht mehr, äh, mit Wasser versäugen. Die werde ich jetzt deaktivieren. Weil was wir da unten an Adband kriegen, das reicht aus. Das hier aus. Und das hier aus. Jetzt haben wir bloß noch das große Gewächshaus. Das hier ist auch voll, wie ich sehe. Da müssen wir auch hinfahren. Und die Tomaten, die haben kein Wasser mehr. Das mit dem Wasser können wir ja regeln noch. Sobald wir die Wolle an Ort haben. Und das hier aus. Vielen Dank. Da steht sie auch schon. Fleißige Schäfchen habe ich hier. Fleißige Schäfchen, ja. Mal wieder Wolle sammeln, bis wir so 100.000 zusammen haben. Dann lohnt es sich auch, die dann wieder zur Spinnerei zu fahren. So, die Wolle ist geladen. Dann tun wir die jetzt gleich abladen. Und wir hüpfen mal zu unserem Erdbeerkutscher. Der ist mittlerweile ja schon da. Wolle. Das nun abladen und dann kriegt der neue Auftrag. Erstmal will ich den König aufmachen. Dann bleibt sie halt zu. Jetzt fahre ich mit dir zu den Gewächshäusern. Äh... Da sind sie. Und zwar Beladung Edbern. Die bringen wir ins Logistikzentrum. Und unsere... Beide ist hier. Beide ist hier. So, Logistikzentrum. Und zwar Schüttgut. Und das sind Edbern. Und das musst du jetzt dreimal machen. Weil das sind 300.000 drin. Und... Abfahrt! So, dann haben wir das mit den Edbern auch geregelt. Gucken wir mal weiter. Wo hängt es noch? So, das wird erledigt. Die Tomaten. Die haben kein Wasser. Das wollt ihr mal regeln. Ja. Also steigen wir hier aus. Zack. Und da sind wir schon bei der Wasserkutsche. So. Wir fahren... ...zu den... ...zum Tierhof. Da bringe ich kostenloses Wasser. Und zwar hier Wasserbeladung. Das bringen wir... ...zu den Gewächshäusern. Und zwar... ...zu den Tomaten. Und das ist dann keine Sohle. Das wären komische Tomaten. Äh... Das ist ganz popeliges Wasser. Einmal... ...und... ...abfahren. Du willst dich alleine raus. Du willst dich beim Bildung haben. Ja, gut. Dann... ...bitteschön. So. Wir fahren da mal... ...n Stückchen mit. Weil ich euch was zeigen will. Was da jetzt eigentlich an Stroh rausgekommen ist. Die haben wir... ...abge... ...äh... ...abgeendet. Zuerst... ...dieses große Feld hier oben. Die 7. Und dann... ...da unten... ...die 32. Oh, der hat... Der war fleißig, der Mann. Was hat der Steine an dort? Boah, kriegt der locker rein. Passt. So. Und jetzt zeige ich euch mal... ...was da Stroh bei rumgekommen ist. Da muss ich zum Tierhof. Äh... ...das ist das hier. Ich glaube, das könnte das Tierfutterlager sein. Jawoll. So. Schaut euch das mal an. 110.000 Stroh. Äh... 11... 11... 11 Millionen... ...und... ...äh... ...85.000... ...48 Stroh. Ja, das heißt... ...in nächster Zeit... ...werde ich Sachen anpflanzen, die kein Stroh abwerfen. Und falls wir... ...ääh... ...noch zu viel Stroh drinnen haben... ...dann werde ich halt auch mal ein Feld machen... ...ohne Stroh. ...ja... ...ja... ...viele sagen jetzt... ...du kannst doch Stroh trotzdem machen... ...und verkaufen... ...das ist doch Geld... ...ja... ...stimmt schon... ...aber ich habe so viele Möglichkeiten... ...an Geld zu kommen... ...guckt euch mal... ...das an... ...ich habe hier 66 Millionen liegen... ...da bin ich von dem Stroh wirklich nicht abhängig... ...absolut gar nicht... ...ne... ...und deswegen... ...hier sogar 77 Millionen... ...wenn ich so ein Höchstwert verkaufe... ...77 Millionen... ...ne... ...da braucht mir wegen Stroh keine Arbeit machen... ...das lasse ich mal schön bleiben... ...so wir gucken noch mal schnell weiter... ...ob wir noch was zu tun haben... ...auf die schnelle... ...Tomaten wird erledigt... ...Eckbeeren werden erledigt... ...Pommes wird nicht mehr produziert... ...weil wir haben... ...keine Kartoffeln mehr... ...und Sonnenblumenöl ist... ...und auch leer... ...Kartons habe ich noch keine... ...Paletten... ...Paletten könnte man auch hinschicken... ...oder... ...ja... ...Paletten haben sie noch... ...ja... ...da würde ich sagen... ...in der nächsten Folge... ...werden wir Sonnenblumenöl... ...an die Kartoffelverarbeitung anliefern... ...und natürlich... ...auch... ...oder ist Rapsöl... ...ne... ...Rapsöl ist das... ...Rapsöl müssen wir anliefern... ...ich weiß ich nicht... ...Sonneblumenöl... ...hier steht da Sonnenblumenöl... ...Ach... ...die Kartoffelchips wollen Sonnenblumenöl... ...okay... ...dann bringen wir mal Sonnenblumenöl... ...und Rapsöl... ...Zu der Produktion... ...und dann natürlich auch noch... ...Kartoffeln... ...dass sie wieder ordentlich... ...Naschereien produzieren können... ...aber das machen wir... ...wie gesagt... ...im nächsten Video... ...ja... ...wenn ich schon da stehe... ...kann ich mich auch hier gleich von euch verabschieden... ...so... ...nei... ...gebe ein bisschen weg... ...dass man die... ...so jetzt... ...gehen wir mal ganz nah ran... ...zaugt mir in die Augen... ...Baby... ...hehe... ...ja liebe Freunde... ...ich hoffe mal... ...dieses Video hat euch gefallen... ...wenn ja... ...dann schaut auch gerne morgen wieder rein... ...gleiche Welle... ...gleiche Stelle... ...und bis dahin... ...sag ich wie immer... ...Ciao, ciao... ...euer Obi...